Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich spiele heute wieder MechArena. Es ist jetzt der 3. Januar. Ich spiele am 14.12. genau wie gestern und ich spiele jetzt allerdings keinen Wettbewerb. Okay, meine Nase juckt. Ich spiele als erstes den Kontrollpunkt. Steht ja da, in der Mittelstandsgrad. Ich nehme den schwächsten. Ich fange von rechts nach links, spiele ich alle einmal durch. Raketen? Auf mich? Am Hallo sagen. Wo kommt der angefahren? Ich war in der Luft. Wie kann der mich in der Luft treffen? Das ist. Das gibt es doch nicht. Wir haben nur den einen Punkt. Ich muss den hier spielen. Einmal Schild hinsetzen und dann einmal abräumen. Sonst wären wir da nicht mehr rausgekommen. Also nicht von rechts nach links. Ah, Controller, äh, Controller. Tastatur hängt wieder. Okay. Ja. Vier Punkte. So schlecht habe ich noch nie verloren. Das ist die erste richtige heftige Niederlage im Kontrollpunkt. Ja, habe ich noch nie mit 4 zu 100 verloren. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Naja, okay. Was soll ich machen? Ist halt so, ne? Ich schaue mir die Bewertung an. Den möchte ich mir gerne mal anschauen. Obwohl, ja, warum? Hm, minus 30 Punkte. Guck mal, ich habe einen, der, es war einer dabei, der war unter den besten 500 Spielern und wir haben trotzdem 4 zu 100 verloren. Okay. Dann, sag ich mal, weiter geht's. Ich habe mich entschieden, ich spiele jetzt den 3x Kontrollpunkt, weil es hat mich gerade so gewurmt, das 100 zu 4, das ist, ich brauche jetzt 2 Siege. Das 100 zu 4, das kann doch nicht. Hat einer von euch schon mal so verloren? Zumindest die Leute, die das spielen. Ich habe noch nie so ein Ergebnis gesehen. 100 zu 4. Ich habe mal 100 zu 20 verloren. War auch schon übel. Aber 100 zu 4, äh, 100 zu 4. Das ist, das geht gar nicht. Das geht nicht. Phoenix. Phoenix? War wohl nix. Das sieht jetzt, ja, wollte gerade sagen, sieht auch nicht gerade sehr gut aus, aber doch, sieht schon auf jeden Fall besser aus. Jawohl, eine Rakete ist durchgekommen, also hat sich das schon gelohnt. Bisschen erhöhen. 2, 1, der, der muss weg. Okay, weggesach. Da stehen ein paar mehr. Da muss ich da hinfeuern. Oder da hin. Ja, da bringt nichts mehr. Schon weg. Fiasko. Wow. Da ist er. Da ist er. Schnell durchlaufen. Ha, ich habe einen getroffen. Aber der kann es mir nicht leben. Ah, daneben geschossen. Hier, so wie jetzt, das habe ich schon öfters mal verloren. 25 zu 100 oder so, aber davor das 4 zu 100, da hat was nicht gestimmt. Ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal, die Spieler von mir, meine Mitspieler waren offline. Bis auf die Bots wahrscheinlich. Schauen wir uns hier das Ergebnis an. Oh, 10 Kämpfe. Das ist weiter. Minus 15. Okay. Kein Problem. Jetzt muss ich noch einmal gewinnen. drücken wir die da. Und die nächste Runde, die Runde 3. Ich habe mir jetzt ein Control Pad gekauft. so im PS4 Look, oder PS5 Look. Allerdings geht das irgendwie nicht mit dem Controller. Ich habe da den Controller eingestellt, aber irgendwie, der Rechter erkennt den Controller, aber irgendwie die Tasten nicht. Verstehe ich nicht. Muss ich noch einmal nachgucken, wie ich das da mit dem PS4 Controller da richtig mache. So, jetzt aber. Von wo? Woaaaiiii! Wer war das? Schlügel weg. So, jetzt habe ich den Raum. Wow, Doppel-K.O. Doppel-K.O. So, hier kann ich auch den Schuh nehmen. Aber nicht so. Doch nicht so. Toll, der Gipfel im Weg. Scheiß Gipfel. Mit denen stelle ich mich eigentlich immer gerne hier da so in der Ecke rein, wenn ich auf dieser Seite spiele. Weil hier bin ich so ein bisschen geschützt. Und komme von hier eigentlich überall ran. Außer da hinten nicht, wegen der Spitze nicht. Da über die Spitze komme ich meistens rüber, außer wenn ich so irgendwie schieße. Aber da steht sowieso nie einer. Jetzt ist es, über die Spitze komme ich so rüber. Erst ein bisschen weiter rechts, hätte ich es nicht geschafft. Ja, ein schönes Naturschutzschild hier. Zack, abfeuern. Und, ja, alle weggerannt. Da kann ich auch noch hinschießen. Er bringt nichts mehr. Schieße mal da hin. Kein getroffen. Keinen getroffen. Das werden wir auch wieder verlieren. Feuern. Und... Keinen getroffen. Ne, den da... Vormächtig, den da vor. Okay, jetzt stehen beide auf einem Fleck. Der eine kriegt den Hinweis, der andere nicht. Es kriegt immer nur der einen Hinweis, dass Raketen kommen, auf denen ich schieße. Die anderen nicht. Also bei denen würde ich den vorderen nehmen. Ich schieße. Ah. Das war das, was ich meinte mit der Spitze. Egal, ob du da bist. Ich kann sowieso keinen Nahkampf machen. Ich weiß gar nicht, ich sehe mich nicht. So, der ist weg. Der ist weg. Boah, die Spitze hat auch die ganzen Raketen abgewehrt. Die scheiß Spitzen. Oh. Der ist rausgekommen. Schnell nachladen. Oh. Anruf. Ach so. Ich habe 38 Kalorien verbrannt. Mein Handy liegt da nur rum, macht gar nichts. Ob meine Smartwatchschuhe habe ich nicht um. Komisch. Oioioioio. Schieß nochmal auf mich. Verloren. Dreimal verloren. dreimal, naja, jetzt bin ich traurig, ich muss gleich weinen, dreimal verloren, okay, dann will ich mal sagen, wir schauen uns die Ergebnisse an, es muss wirklich weinen, wir schauen uns die Ergebnisse an, ich bin der zweitbeste Spieler aus meinem Team, habe trotzdem minus 15 Punkte, ja, okay, dann Dankeschön für's Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr über die nächste Woche seid, bis ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.